In diesem Film ist Mirim Celebi so alt wie du. Würdest du mit ihm befreundet sein? Freunde, ich bin Mirim Celebi. Ich bin einer der wichtigsten Gelehrten der Osmanen in den Bereichen Physik, Mathematik und Astronomie. Lasst uns einen genaueren Blick auf meine Lebensgeschichte werfen. Obwohl mein Geburtsdatum nicht sicher ist, wird es in einigen Quellen als 1450 erwähnt. Ich wurde in Istanbul geboren. Mein richtiger Name ist Mahmoud. Ich bin der Enkel von Alikuszu und Kadizadei Rumi, die zu den wichtigsten Namen bei der Entstehung der osmanischen Wissenschaft gehörten. Meine Mutter war auch die Tochter von Josezade Muslihut Dinefendi, einem osmanischen Gelehrten. Muslihut Dinefendi hat mich großgezogen. Meine Ausbildung habe ich in Istanbul abgeschlossen. Ich nahm Unterricht bei den bedeutenden Wissenschaftlern dieser Zeit. Ich war sehr gut in Mathe und Astronomie. Später lehrte ich in den Medresen von Kalipoli, Istanbul, Edirne und Pursa. Ich wurde einer der größten Gelehrten der Zeit in Mathematik und Astronomie. Draufhin wurde ich von Sultan Beazit II. in den Palast eingeladen. Sultan Beazit II. leistete große Beiträge zu meiner Ausbildung. Ich habe ihm auch Unterricht beigebracht. 1508 wurde ich zum anatolischen Kasachsgaard ernannt. 1512 verließe ich diesen Posten aus eigenem Antrieb. Später wurde ich von Suleiman, dem Prächtigen, wieder in diese Position gebracht. Nach einiger Zeit habe ich diesen Job wieder aufgegeben. Was das wissenschaftliche Verständnis angeht, hing ich an der Samarkand-Tradition. Samarkand war das Wissenschaftszentrum der islamischen Welt und der Mathematik wurde hier große Bedeutung beigemessen. Auch meine Großeltern sind mit diesem Verständnis aufgewachsen. Ich wurde ständig über verschiedene wissenschaftliche Entwicklungen in der islamischen Welt informiert. Ich habe die Arbeiten anderer Physiker und Mathematiker studiert und meine Ansichten mit ihnen geteilt. Ich habe übrigens ein Buch geschrieben, in dem ich ein Werk meines Großvaters, Alikuszu, untersucht habe. Dieses Buch von mir wurde als ergänzendes Lehrbuch in osmanischen Madressen verwendet. In meiner wissenschaftlichen Arbeit habe ich großen Wert auf Beobachtung gelegt. Ich habe große Anstrengungen unternommen, um die Beobachtungsmethode auf dem Gebiet der Astronomie zu entwickeln und zu verbreiten. Ich habe zu diesem Thema ein Buch namens El Makassid geschrieben. Ein weiteres Thema, das mich neben der Astronomie interessierte, war die Optik. Eine Arbeit, die ich über die Entstehung von Regenbogen und Halloringen geschrieben habe, enthält auch wichtige Informationen zur Optik. Ich habe die Bücher von Ibn Sena und Ibn Al-Haitam gelesen. Dadurch habe ich mir eine wichtige Wissenbasis eingeeignet. Ich war sehr neugierig auf den Regenbogen und die Bildung von Halloringen. Deshalb habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich kannte Mathematik sehr gut. Die Arbeit mit Zahlen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dank meiner mathematischen Kenntnisse habe ich einige der Probleme gelöst, die andere Wissenschaftler nicht lösen konnten. Ich hatte auch Kenntnisse in Literatur und Geschichte. Als wissenschaftliches Verständnis folgte ich dem Weg meiner Großväter, Kadizade Rumi und Alikush zu. Liebe Kinder, ich hoffe, dass meine Lebensgeschichte eure Interesse geweckt hat. Mein Rat an euch, lernt ein Thema sehr gut, aber gebt euch nicht damit zufrieden und erwerbt Kenntnisse zu verschiedenen Themen. So könnt ihr die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Auf diese Weise könnt ihr vielleicht auch große wissenschaftliche Erfolge erzielen. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.